Leute, mein Handy ist jetzt auch schon wieder einen Monat alt. Irgendwie peinlich. Ich bin wieder out. Ich habe jetzt auch das neue iPhone. Das ist wirklich gut. Hol dir das. Du kannst jetzt Fotos machen mit Filter ohne Filter. Direkt Insta-Model ohne Schminke. Obwohl. Ich werde nie ungeschminkt. Oh mein Gott, stell dir das mal vor. Wer macht denn sowas? So ein Klombatsch. Und außerdem fehlt es da. Mein Nokia 5110. Es funktioniert immer nur einwandfrei. Außerdem von dem ganzen Gefildere. Ihr kriegt so einen Dachschaden. Ihr denkt doch eh schon, ohne Schönheits-OP seid ihr voll hässlich. Ja Joy, nicht jeder will in der Steinzeit leben. Sag mal, habt ihr schon Jeremy gesehen? Der hat sich einfach einen neuen BMW rausgelassen. Nein! Oha! Wir werden so ein Trauerpaar. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich ließ mir die neue Mercedes S-Klasse. Oh mein Gott! Sag mal, habt ihr geheim eigentlich einen Geldscheiß rumstehen oder was? Sei doch nicht so ein Spielverderber. Ich mein, wir können nichts dafür, dass du kommst. Ich bin... Weißt du überhaupt, was ein Porsche ist? Ja klar, mein Großvater hat einen. Wirklich? Was für einen? Ja, der Junior 109 G. Was soll das sein? Ja, das ist ein Traktor. Ein richtiges Unikat. Der wird so gar nicht mehr produziert. Und mit seinen 11 PS steckt er dann Messer Ferguson in deine Hosentasche rein. Joy, wie kann man bitte so schwäbisch sein? Ach, jetzt tu doch nicht so. Ich bin halt vernünftig und lass mir von dem ganzen materialistischen Scheißdreck nicht den Kopf verdrehen. Wie in einem Auto. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist das krass! Was ist los? Mein Vater hat die Stihl MS 889 gekauft. Was ist das? Das ist die stärkste Serien-Kettensäge der Welt. Joy, so kriegst du nie einen Typenraum. Oh mein Gott, Joy, hab ich da gerade gehört. Dein Vater hat die neue MS 889 gekauft. Voll geil, oder? Ey, das ist der Wahnsinn, das Teil. Sollen wir gehen und mal ein bisschen was sägen? Ich bin mit dem Fan da, lass los! Oh ja, super! Komm! Gange! Ich glaube, ich muss mir auch einen Fan holen. Cheers! Wenn euch das Video jetzt richtig super gefallen hat, dann könnt ihr den SWR Comedy-Kanal hier abonnieren. Und hier seht ihr gleich noch ganz viele andere richtig lustige Sketche. Ihr könnt da mal durchzappen, da ist bestimmt was für euch dabei. Bei oder? Bei Bg oder bei